Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Test Arcade Paradise und wir starten in die nächste Runde, um zu gucken, was hier noch so alles kommt. Also auch das schon mal nicht. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt wieder sauber machen. Dachte ich mir nämlich. Was für Schwein ich... Ich glaube, das Ding ist jetzt voll. Komm es mal wieder, weil wir lieber weg. Ja, Müll sammeln. Okay. Das wäre schon voll. So. Beutel ist voll. Jetzt ist er voll. Wegen einer Sache. Ernsthaft ist es nicht. Oh mein Gott. Ich habe zumindest dafür noch mal ein bisschen Kohle gekriegt. Ich bin ja für jedes bisschen Kohle, was ich kriege, sehr zufrieden und sehr glücklich. Leute, warum habt ihr Socken da liegen? Also wenn es so weiter geht, ne? Wenn es so weiter geht, darf hier nichts mehr zu trinken und zuerst mit reingenommen werden. Überall die ganzen Sachen. So bleibt das sauber. Gut. Da ist noch ein Müll. Da ist noch ein Müll. Nebenbei nach dem Müll aufsammeln und noch Zeug in die Waschmaschine schmeißen. Ach schade. Ich wollte immer mal gucken, wie ich das machen muss am besten. Aber ich glaube, ich muss echt das Rote erreichen. So ist hier noch irgendwo Müll. Müll, 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 Müll. Müll. So. Da ist hier gerade auch noch. Okay. Ihr seid eklig mit euren Kaugummi. Wisst ihr das? Warum verliert ihr eure Socken hier? Was soll denn das mit den Socken? Jetzt auch nochmal. Ich glaube, das war es erstmal so an dem Müll. Komm, die Leute, hauptsächlich, um mal aufs Klo zu gehen. Das sind so viele Leute, aber keine, so gut wie keine Körper. Seid das sauber. Ah, hier ist nochmal Müll. Die Wäsche ist bald fertig. Ich bleibe nochmal nach. Also ja, hier nichts ist. Wie zum Beispiel Kaugummi. Ich habe mich ja mal durchgecheckt hier. Dahin. Okay. Wir haben eine neue Wäsche-Ladeung bekommen. Wir sind fleißig, fleißig, fleißig. Denn wir wollen Kohle, Kohle, Kohle. Fünf, drei, Zul, neun. Jupp. Das ist fertig. Wir können es gleich hier rein. Ich weiß nicht, ob das für euch so entspannt ist oder entspannt ist, aber ich finde es cool gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich finde das toll. Ich wünsche noch, ich könnte so interagieren mit Leuten oder so, aber muss nicht unbedingt sein. Hauptsache, man hat ein bisschen Spaß wenigstens bei. Vielleicht probiere ich dann auch mal so ein Spiel aus. Mal schauen. Aber ich will halt auch die Wäsche nicht so lange stehen lassen. Das ist halt so mein Problem, was ich so habe damit. Dass es dann Ärger gibt oder so, dass es dann keine Kohle gibt. Und wir brauchen halt am Anfang wahrscheinlich verdammt viel Kohle. Aber wir haben jetzt erstmal nur noch 80 Dollar und das ist nicht gerade viel. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Es kam keine neue Wäsche dazu. Es ist hier kein Müll hier rumfliegen. Wir können bestimmt jetzt mal ein Spiel testen. Wir testen mal das da. Wir können nichts testen. Aber ich dachte, wir könnten es testen. Razer. Chaser. Schön lustig dann. Oh, okay. Wir haben neue Wäsche bekommen hin. Die sind auch bald fertig. Gucken wir nochmal rum. Ob die Müllis hier rumgemüllt haben. Ja. Drei Dollar. Wow. Wow. Ich habe niemals was gemacht. Groß. Müssen wir leider schon wieder aufhören. Wir gucken sich jetzt aber nach der Wäsche. Wo es da nämlich Stress gibt. Was ist vorbei? Das da. Ich schieße zwar im Wash, aber ich konnte mir jetzt nicht darunter vorstellen, was jetzt fertig war. Entschuldigung. So, dann ist gleich das hier fertig. Ja, ja, ja. Ich bin... ...dabei. Ich schieße jetzt gerade schon in Stress aus hier. Hardcore Stress ist das jetzt gerade schon. Hardcore Stress. Guckt nicht so. Ich muss hier arbeiten. Du nicht. Hier sitzt es rum und macht gar nichts. Eigentlich könntet ihr euren Stüh selbst erarbeiten. Ich mache eure ganze Arbeit für euch. Und was kriege ich als Dankeschön dafür? Ich kriege mal Trinkgeld. Obwohl, wahrscheinlich kriege ich sehr wohl Trinkgeld und ich merke es nicht mal. Das Klo ist noch sauber. Ja, das Klo ist noch sauber. Ah, jup. Wie viel haben wir es eigentlich? Ich bin so spät. Komm, werd mal schneller sauber. Äh, fertig. Ich habe keine Zeit. Die Leute gucken schon. Ich bin schon ganz nervös hier. Ganz, schon ganz. Ja, bist du fertig? Äh, bist du kommst oder will ich schon längst hierher machen? Ich bin viel schneller als du. Warum kann ich ja nichts machen? Wie stosche ich denn? Soll ich denn, dass ich nichts machen kann? Wie? Wie? Wie gefällt dein Oberteil? Kann ich das haben? Ich meine, ich wasche auch deine Wäsche. Bitte. Was ist denn eigentlich das da? Sie ist auch nur da, weil du das Klo muss, oder? Das war mal ein Pixel-Game. Die Uhrzeit genug. Kommst du jetzt noch mit Wäsche? Lass mal auf die Uhr. Guck. Normalerweise meint das nicht mehr, ja? Warum das nächste Mal nicht mehr so spät? Schon 18 Uhr. So spät ihr mich mal, weil sie keine Wäsche mehr an. Ach so, das ist... Wie viel Münze einwerfen? Lüdel, lüdel, lüdel. Ganz haft. Und die Uhrzeit noch? Jawohl, dass alle Überstunden machen, oder? Der Laden schließt bald. Geuts. Ne? Ja. Guck nicht so. Ist so. Brauchst du ja gar nicht reinzugucken. Da ist eh nichts drin. Da ist nie was drin. Da ist nur dieses Bullseye drin. Und das schmeckt nicht. Das schmeckt nach eingeschlafene Füß. Das ist ja, glaube ich, schon Zeit, dass die ein Lieferbekommen haben da drin. Wurde nie rausgeholt. Ging auch nur fest. Die Waschpinnen wollen es auch nicht. Nicht mal die Mäuse wollen es, nicht mal die Ratten wollen es. Die fliegen es schon mal gar nicht. Die fliegen da echt nicht mehr drauf. Stützt auf die Uhr. Keine Ahnung, die texten. Das dauert halt alles unter Zeit. So. Klasse Andrang an der Toilette. Wir bräuchten mal mehr als eine Toilette. Das wäre sinnvoll. Irgendwie so eine Toilette so... Zoom. Du kommst klar hier hinten. Ja? Alles cool? Gut. Ich sammle mal hier schon mal ein bisschen Geld ein. Wow. 7,80 Dollar. Wow. So, wer jetzt noch Wäsche waschen bekommen möchte, der sollte jetzt kommen. Jetzt. Wohl. Nee. Eigentlich nicht jetzt. Spät. Wasch jetzt nichts mehr. Ich meine, ich muss jetzt erstmal hier noch trocknen. Und dann ist es schon 23 Uhr. Da geht nichts mehr. Es ist vorbei. Ja, ja. Ich bin schon dabei. Ich muss mich nicht selbst zusammenlegen. Jetzt würde ich das niemals ins S rangeben. Niemals. Das wird echt knapp, Leute. Ich hänge wieder Ewigkeiten dran. Mein Schuh ist kaputt. Die Dinger da weg tun. 3, 2, 1. Ja, da wird's wieder nix für 23 Uhr Feierabend machen. Cool. Ich tue mir hier nochmal nach, ob da nochmal was reingekommen ist. 80 Cent. Wow. Leute, ich bin mal eben kurz... Leute, ich bin mal eben kurz... Wärme, 600 Dollar. Ah. Danke, Leute. Äh, da müssen wir noch auf die Wäsche warten. Dann können wir endlich Feierabend machen. Wir sind ja nicht zeitig, wie immer. Wir essen zwar zeitig, aber was soll's. Na ja, essen zeitig. Wenn du dann denkst, dass du die ganze Zeit da drin hängst bis 23 Uhr, das ist mehr als nach Stundenschiff, oder? Was ist die eigentlich zwischendurch? Hui, Entschuldigung. Ja, ich kann ja nicht früher Feierabend machen. Leute wollen, dass ich ihre Wäsche wasche. Das andere dauert sogar noch. Ach, ich muss sowieso... ...warten. Hui, Hui. Ich kann Spiegelblitze haben, das ist auch lustig. Ich bin bestimmt ein Vampir. Deswegen kann ich die ganze Zeit auch nur im Laden leben. Ich kann eigentlich kaum raus. Und wenn ich nur rausgehe, dann muss ich den Müll wegbringen. Dann hab ich bestimmt so ein Sonnenschirmchen auf dem Kopf. Weißt du, ihr wisst ja doch, diese Mütze mit dem Sonnenschirm da... Also dieses Schirmchen da. Klingt bestimmt sehr lustig aus. Ja, ja. Use washers and dryers at your own risk. Ich muss das benutzen. Das ist also mein Risiko, nicht den hier. Ich muss das auch noch wegkriegen. Weil ich gehen darf. Hier nicht pünktlich nach Hause. Ich hab jetzt eigentlich noch ne Schicht dran, weil das wär sonst die kürzeste Schicht, die ich gemacht hab. Die Spiele Halle hat jetzt grad nicht so viel Einnahmen gemacht, aber vielleicht holen wir einfach nochmal so ein Automat, dann passt das schon. Mittwoch. Wir haben's 8 Uhr. Der hat wahrscheinlich wieder voll vermüllt. War noch klar. Was machen die eigentlich in der Nacht, wenn ich da nicht da bin? Kann ich ja auch eigentlich ne automatische Putze irgendwann oder so? Freutel ist voll. Das wär doch was, hunde. So ne Putze jetzt kriegen. Wuppwupp. Stell dir mal vor, du musstest jedes Mal, wenn du dann Riesendaten hast, immer wieder neu gegendrin. statt das jemand machen zu lassen. Ja, dass nur das macht. Nein, das war jetzt nicht abwertend gemeint. Definitiv nicht abwertend gemeint. Okay, Boyd ist wieder voll. Äh. Juhu. Wenigstens gibt es ein bisschen Geld. Wegschmeißen von dem Bild. Ah, er schau mich doch nicht so. Der Pixelmann. Kannst du euer Müll ich woanders da hinschmeißen? Ernsthaft. Es ist echt eklig. Vor allen Dingen, wer hier Klaugummi, Klaugummi, vor allen Dingen Klaugummi, äh, irgendwo anbappt, gehört von mir aus, äh, lebenslange Hausverbot hier. Eherlich. Das macht man nicht. Irgendwo heben will. Geht jetzt gerade nichts. Ich bin es auf die Schnelle. Außer Staubpartikel, die gegen Halatern. Woher bist du? Dann hätte ich mich gleich hier wegräumen. Ich glaube, sonst sehe ich hier echt keinen Müll. Also, da kann sich niemand beschweren, dass hier Müll entstehen würde. Was macht denn das Klo? Klo ist sauber. Super. Super. Zumindest halten sie sich daran, dass das Klo sauber ist. Das dauert noch einen Moment. Hier wirklich kein Müll. Haben ja auch vor allen Dingen, wo sie die ganzen Müll hernehmen, ob sie sich das ja mit herbringen, die ganze Zeit. Denk ich nutze ich auch sogar nur die Waschmaschinen hier, oder? Ich kenn zu viele Waschmaschinen und ich nutze nur die, die hier vorne stehen. Ist halt auch einfacher, so vom Großen und Ganzen her gesehen. Ich gucke hier nochmal nach dem Müll rum. Ich gucke hier nochmal nach dem Müll rum. Müll, 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 Müll. Hier auch noch kalte Fingerchen. Ah, ich wollte nicht. Was wollte ich jetzt nicht? Was? Jack Rabbit. Ich habe erst Jack Ripper gelesen. Da habe ich mir so, hä? Was ist denn, ist ein Jack Ripper? Das habe ich mir immer Gedanken gemacht. Da haben wir auch Spezialaufträge kommen, wie die Daphne so und so gewaschen werden und die nur so und so. Oder ist es dann eigentlich ziemlich... Boah. Ah, ich hänge fest. Car for sale. Dertesting. Daphhaus. Okay. The Adventure of Abraham Lincoln. Want to work from home. Ah, wir haben neue Wäsche erhalten. Vielleicht gehe ich nach einem neuen Automaten noch gucken. Hör mal. Boah. 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 Bleibt halt 160. Na komm. Wir holen den noch. So. Haben wir jetzt einen neuen bestellt. Na ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Irgendwann hat ein bisschen länger gedauert heute. Aber ich musste gerade eben geschäftliche Dinge tun, wie jemand so macht in einem Geschäft. Schäfliche Dinge. Ich benutze mal zum Abwechseln mal eine andere. Das war. Wir haben kein neuer Müll dazu. Morgen kommt ein neuerer Automat. Da bin ich mal gesponnt, wie der ist. Ich will auch sowas können. Mich durch die Gegend beamen, wie ihr das macht. Dann immer genervt auf die Uhr gucken. Mich anstand so a la Piste bald mal. Fertig, Olle. Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier noch rumstehen. Warten, ey. Ich bin nämlich Jeff. Ich muss zur Arbeit. Ich bin beim Pizza-Dienst oder sowas. Keine Ahnung. Oder hier so ein Schulladen. Und ich muss eigentlich längst bei der Arbeit sein. Oh. Jeff. Mein Name ist Jeff. Da muss ich mir mal an diese blöde... Wir haben nicht denken. Parship? Wer bist du? Anja? Ich glaube, da ist Anja. Die arbeitet im gleichen Laden wie Jeff. Anja und Jeff, die sind Arbeitskollegen. Wir warten hier immer täglich beide gleichzeitig. Kommen sie her. Wollen ihre Wäsche gewaschen bekommen. Eigentlich haben die beiden eine Affäre. Wollen es damit nur verheimlichen. Und deswegen lassen die dann immer so nach ihrer Affäre ihre Wäsche hier schnell waschen. Das ist die ganze Sache eigentlich. Die ganze Story ist das hier. Jetzt ist mich schon Jeff auf dem Klo. Und jetzt wartet Anja, dass ich rein kann, ohne dass ich sie beobachte. Wenn ich näher komme, ist sie weg. Wisch. Jetzt gleich eine Ladung Wäsche fertig, beziehungsweise einmal trockener. Ach ja, wenn ihr hier was verliert, Leute, ne? Ich frage dafür keine Verantwortung. Tut ihm leid. Steht da. Ich frage mir vor wie so ein Creep, der die ganze Seite einen hinterher schleicht. So mit Geld reingeschmissen. Mal gucken. Ich nehme jetzt mal eine andere Waschmaschine. Wir haben jetzt noch die noch nicht so oft genutzt. Dann nehmen wir die jetzt mal. Wir müssen ja auch ein bisschen Abwechslung hier haben. Das dauert noch. Das dauert noch. Sonic. Naja. Und Jeff und Anja, die sind jetzt nicht mehr da. Die sind beide verschwunden plötzlich. Sehr suspekt. Nehmt mal die Tür kaputt. Irgendwann geht es dann gar nicht mehr auf oder gar nicht mehr zu. Wir sind ja alle hier gefangen. Wir sind ja alle hier gefangen. Wir sind ja alle mit mir gefangen. Wir sind ja alle hier gefangen. Das ist ja auch noch eine Waschmaschine. Wir sind ja alle hier. Wir sind ja alle drei Dinge da. Ja. Ich kann es ja mal testen. Ja. Was kommt bei da rein? Einfach so. Aus dem Drott mal rauskommen. Am Anfang hast du bestimmt über eine S-Wertung und danach wird es immer weniger mit S-Wertung. Und dann die ganzen Cs und Ds und so, was weiß ich, weil du einfach nicht mehr hinterher gehst mit der Wasche, Wasche, Wäsche, was da rum. So, aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Letztest, also bei denen hier nochmal und bis zum nächsten Mal und tschau!